so und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge in subnautica es gab glaube ich jetzt gerade es gab gerade einen kleinen schnitt weil jetzt verrecken war wir verrecken weil wir nichts zu essen haben es gab gerade einen schnitt weil irgendwie der stream abgestürzt ist und jetzt sterbe ich hier das ist ziemlich uncool wo sind meine melonen gott sei dank jetzt geht es uns wieder prima geht es uns hier so alles wieder im lot auf dem boot sehr gut sehr sehr gut okay dann wir brauchen gebrauchen quatschne so und wir müssen herstellen emailliertes glas dazu brauchen wir glas und erstmal glas normales glas so schütten noch ein medikit nach ja könnte man ihn wirklich mal machen so ein empirischer zahn brauchen wir auch aus dem schrank sehr gut so emailliertes glas gott sei dank so okay was fehlt uns denn jetzt noch ich glaube schmieriges schmiermittel die plaststahlbahn haben wir zweimal schmiermittel und einen erweiterten kabelsatz hochwerten die schwerkraftsphäre hier was macht die denn hier vorne auch gut so warte mal hatte ich nicht schon warte mal hatte ich nicht schon das schmiermittel gedönse so hier ist schmiermittel fünf plaststahlbarren und scheiße was war das dritte ich kann mir das manchmal nicht merken ich habe so ein scheiß kurzzeitgedächtnis manchmal ein erweiterter kabelsatz so für den erweiterten kabelsatz brauchen wir wieder ein computerchip zweimal tischkorallenprobe gold und kupferdraht so und kein kupfer ne doch uuuh äh das ist eigentlich ein ganz cooler screenshot das da warte mal da ah ha brauchen mehr kupfer leute wir brauchen mehr kupfer So, jetzt sind hier natürlich überall Pirscher. Oh, sag mal, ziemlich verarschen. Beißt ihr mir da in den Arsch, ey, in der Höhle drin? Gibt's ja wohl nicht. Aber immer noch kein Kupfer. Ach du Scheiße, sind die Dinger hell. Ach du Kacke. So, dann kommt das ganze Zeug hier nochmal raus. Das noch weg, das noch weg. Quarz noch da rein. Blei noch da. Hä? Quecksilber Erz. Wieso hat das jetzt kein Icon mehr? Wieso hat das hin das Icon? So, hier das Gold noch schnell in den Edelschrank. Hier die zwei Tischkorallenproben, die kann man auch noch hier reinschmeißen. Dann müssen wir Kupfer suchen. Geh nicht, nützt nix. Leute, es nützt nix. Willkommen aboord, Kapitän. Ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll mit der Kupfersuche. Probieren wir mal hier hinten irgendwo unser Glück. Erstmal hier in die Höhle reintauchen. Nicht gut. Sollen wir mal mehr drücken? Man, hier ist auch was los. Ich habe zwei davon drin. Oh, ein Kreaturen-Ei. Noch ein Kreaturen-Ei. Wollte ich doch nicht haben. Ich brauche Steine. Verdammte Hacke. Ey, das gibt's doch nicht. Keine Steine. Doch, da ist mal einer. Juhu. Und sogar Kupfer drin. Ist aber ganz gefährlich hier. Es ruckelt, die ruckelt ab und zu ein bisschen hier. Ab und zu gibt's mal einen kleinen Ruckler. Und hier was findet. Sind zumindest mal Steine. So. Was man hat, hat man, ne? Ich glaube, hier waren wir schon mal drin. Kann das sein. Äh, ja. Das ist die Höhle hier direkt bei uns beim Eingang. Boah, ich weiß nicht, wo ich sonst noch suchen soll. Ich reparier mal gerade das Ding hier. Ähm. So. Hallo, CA Jakob. Schönen guten Morgen. Nähe Live-Pod. In der Nähe vom Live-Pod. Da hinten, meinst du? Da gibt es die Riesenröhre. Ja, ich erinnere mich dran. Ich glaube, da bin ich schon mal durchgeschwommen. Ich weiß aber gar nicht, ob die Steine überhaupt nachspawn. Und hier bin ich auch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo diese Riesenröhre war. Da können wir mal rein. Nur Quarz. Nein, 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 nein! Das ist nicht dein Ernst, es liegt hier ein Stalkerzahn rum, ey. Jetzt will ich den Zahn scannen. Nicht wahr, ey. Der hat ja auch gar nichts gesehen, wohin der denn? Okay. Da ist noch ein Stein. So, wie viel Kupfer haben wir denn jetzt? Vier. Naja, gut. Wenigstens ein bisschen was. Naja. Hallo. So, fahr mal zurück. Wo sind die Basis? Da. Weißt du schon mal, dass du das nächste Mal Planet Nomad streamst? Habe ich gestern Abend gestreamt. Ich vermute mal erst irgendwann nächste Woche oder so. Mal schauen. Vielleicht auch am Wochenende. Es gab ja ein Patch, aber ich kann es jetzt so gar nicht genau sagen. So. Dann haben wir erstmal Kupferdraht einmal. Wir brauchen den erweiterten Kabel, dafür brauchen wir den Chip. Dafür brauchen wir zweimal Tischkorallenprobe. So. Pewterchip. zwei Mal Gold. Äh. So. Ein erweiterten Kabelsatz, bitte. So. Äh. Äh. Wir brauchen. Erstmal Platz im Inventar. Das hier machen wir gerade hier rein. Das machen wir noch da rein. Dann nehmen wir uns die fünf Platzstahlbarren. Das emalierte Glas. Das schmierige Schmiermittel. Das schmierige Schmiermittel. Ähm. Den noch da rein. Wir brauchen unbedingt mal einen Medikit Fabricator so langsam. So. Äh. Nein. Wir brauchen hier Baupläne. Zyklop. Alles da. Ja geil. Her mit der dicken Wumme. Her mit der schönen Zyklop. Ich baue gerade die Miss Jones. Ganz genau. Ich baue die Miss Jones. Miss Jones im Mondlicht. Obwohl. Warte mal. Ich geh mal nochmal kurz hier runter. Das ist nicht gut, wenn ich die hier baue. Das ist das Wasser zu flach. Die ist schon wieder abgedriftet. Hier die Nummer. Muss die erstmal aufnehmen hier. So. Ist etwas kompliziert mit dem Ding. Die driftet immer so ein bisschen. So. Kann ich die noch drehen? Kann man die drehen? Irgendwie. Zeig da rüber, ne? Ich dachte, ich nehme die mal nochmal auf. So. Eben habe ich da rüber geguckt. Dann hat die nach da gezeigt. Das heißt, ich drehe mich jetzt mal so. Dann zeigt die wieder hier rüber. Das kann ja nicht sein. Blödes Teil. Der dreht die immer komplett falsch rum. Der dreht die immer komplett falsch rum. Der dreht die immer gleich. Der dreht die immer in die Richtung da hinten. Und man kann die Station nicht umdrehen scheinbar. Die driftet immer weg. Aber umdrehen ist nicht. Na gut, komm, wird schon schief gehen. So. Gib her die Miss Jones. Schwupp. Ah, sehr schön. Gleich fällt sie mir um den Kopf. Ach du Scheiße. Äh. 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 Ich. Ei, 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 ei. War aber ein enges Höschen, ey. Das war aber ein enges Höschen. Guck mal, wie tief die einschlägt, ne. Guck mal, wie tief die einschlägt, ne. Wenn du da die, 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 die Crafting Station irgendwie ein bisschen falsch platzierst, ey. Dann fällt dir das Ding direkt an Land, ey. Hahaha. So. Sie sieht ein bisschen anders aus, ne. Sie sieht ein wenig anders aus. Sehr schön. So. Prima. Zyklop betreten. Willkommen ab, Captain. All systems online. All systems online. So. Hier gibt's Locks. Sehr gut. Hier gibt's noch nix. Launch Bay. Hier hängt dann später die Motte drin. So. Da ist der Antrieb. Use Cyclops Upgrade Fabricator. Ach, wie geil. Cyclops Power Efficient Module. Hull Module. Schildgenerator. Sonat Zusatz Modul. Undock Bucht Reparatur Modul. Fire Suppression System. Decoy Tube Upgrade. Ah, ja. So. Energiezellen. Mass. Decoy Launcher. Oh, wie geil. Open Decoy Loading Tube. Cool. Feuerlöscher. Ja, geil. So. Zusatz Module ansehen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Hier gibt's nichts Neues. Das ist ja cool. Können wir da was mitmachen? Ne, ne? Schade. So. So. Submarine Name. Click to edit. Äh. M.S. Jones. So. Äh. Base. Ja, die Base ist okay. Stripe 1. Dann machen wir mal hier auf. Auf Orange. Stripe 2. Machen wir mal hier auf ein schönes. Blau. Name. Können wir mal hier mit so einem Grün versuchen. So. Okay. Dann haben wir hier noch Licht. Wird mal an und ausschalten können. Das ist ja auch geil hier. So. Wollen wir erstmal raus gucken. Joa. Sieht okay aus. Wo steht der Name? Steht der nur auf einer Seite? Ach da. Ah okay. Also der Name. Der Name passt nicht so mit der Farbe. Das ist zu knallig. Äh. Der müsste dann auch in so einem Orange sein oder so. Oder in einem Blau. So. Ähm. So. Okay. Weck. Der. Was. Kann man hier nur hupen. Kann man hier nur hupen. halbe fahrt voraus silent running tauchen wir mal auf ach cool dann ändert sich hier ach hier cool so silent running wo ist das licht außenscheinwerfer in beleuchtung an geil sehr schön das gefällt mir das gefällt mir richtig gut so kommen wir gehen noch mal kurz wir gehen noch mal kurz raus mit der rechten maustaste schießt man wohl diesen decoy ab keine ahnung was das ist irgendein täuschkörper irgendein abwehrsystem so sieht er doch schon viel besser aus sehr geil sehr sehr geil das gefällt mir so da geht es jetzt mal nach hause und dann könnten wir uns dem wärmereaktor mal annehmen die blöde schwerkraftsphäre hier kann ich die mal irgendwie zurückschieben wo treibt das blöde ding denn hin die hat den kaninchen rochen gefangen ich werde bescheuert wieder raus blödes teil brummt mir hier ein schädel zu in der basis so so die kann doch bestimmt auch die kann doch bestimmt auch stalker festhalten oder so okay so wir müssen sowieso was essen gibt es jetzt mal hier ein paar von denen fällt mir ein jetzt kann ich auch mal den kaninchen rochen scannen so gibt es mal zwei gary fische glumiger geschmack aber nur ganz wenig sehr gut äh warte mal signal koordinaten energie impulsquelle okay warte mal die kann man ja mal der kann man ja mal wegtun das signal machen wir mal das machen wir mal da raus so kommt das mal da rein so prima wunderbar